Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Ich nehme wieder in 4K über die PS4 auf, also PS4 Pro, mit auf der Ava Medium, ich werde das Video nicht rendern, ich werde kein Intro, kein Outro, kein gar nichts machen, die Video-Bedrahte ist ziemlich hochgeschraubt, damit ihr wirklich reines Gameplay-Material seht, so wie ich jetzt hier auch sehe und spiele, dass da halt keine Qualitätsverluste sind, HDR weiß ich nicht, ob es hat, HDR habe ich ausgeschalten, weil YouTube damit nicht klarkommt. Ja, dann würden wir, wie ich sagen, zocken wir mal an, meine Frau hat mir gerade Bildwerde von meiner Tochter geschickt, das Lieblingsspielzeug, aber zum angucken. So, Sprache, Deutscher, endlich, hier sehen wir diesen Deutsch mit bei Steuerung, mit wirkender Steuerung wollen wir nicht wissen, das werden die uns schon erklären. Oh, das sieht aber niedlich aus, also ich habe ein paar Bilder vom Spiel vorher schon gesehen, wenn ihr habt, die so im Netz großiert sind und so, da sah das recht süß aus. Meine Frau ruft gerade an, ich nehme gerade auf Schatzi, ich komme aber gleich hoch, ist nur noch das eine Video. Pude. Ja, heißt das Pude? Also, dass das O als U ausgesprungen wird? Pude. Pude. Also, wie man es betont, ich weiß es nicht. Aber es ist sehr süß gemacht. Stein und Licht. Steinmanikiken und Lichtmanikiken. Oh, jetzt leuchtet es weiß. Was nun? Es wäre gelb. Okay. Ich kann auch noch nichts machen, das ist alles noch Intro. Habt ihr sehen, da ist ein bisschen grün geworden. Ach, wo das gelbe Manikiken hinläuft. Ah, okay. Ich kann die dann abwechselnd benutzen, okay. Ich bin glücklich. Und ich bin glücklich. Ihr müsst euch nicht fixiert. Ich bin glücklich. Wir müssen uns mit innen. Und ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Es ist ein Zeus. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Ah, 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 okay. So eine Spiele mag ich ja auch, so Rätselspiele, wo man hier vorankommen muss. Und dann zusammenarbeitet. Dann habe ich da vorhin noch. Ja, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm. Die Röse. Das ist schon echt süß. Ach, beide zusammen können jetzt auch. Oh, ha! Hm. Es muss auch nicht immer ne Grafikbombe sein, aber, oh, Hand in Hand, süß. Oh, okay. Oh. 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 You. Amen. 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 Das kann ich um meine Tochter spielen lassen und ich weiß, dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Gehen wir erstmal hier durch. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Stein, Licht 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 Zwei, vier, vier, drei. Zwei, vier, 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 vier. Zwei, vier, 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 vier. Zwei, vier, 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 vier. Zwei, vier, vier, vier. Zwei, vier, vier, vier. Jetzt bin ich echt überfragt. Zwei, vier, vier, vier. 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 So, jetzt steht hier und kommen die weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020